Hallihallo, meine Shisha und ich begrüßen euch zum siebten Part, Drama Mystery. Ja, letztes Mal haben wir diese lustigen Fabriken abgeschlossen und jetzt begeben wir uns in den Acid Rain. So, boink, ups. Äh, when you enter the tourist world, oh you will die, das ist sehr nett, danke, weiß ich bereits. Äh, one goat and you will die, das ist alles so nett. Gleich mal speichern. Äh, so, das, ich hab ein bisschen, blablabla, ich bin ein bisschen gehandicapt, ich hab jetzt in der einen Hand, äh, noch den Shisha-Schlauch. Das wird jetzt, wah, wahrscheinlich wieder ein Fail ausatmen. Ach ja, ich war beim Daniel vorhin und wir haben, ähm, ein neues Projekt angefangen. Ein, sagen wir mal so, das ist weg, noch ein Trocken. Ähm, wo war ich? Ach ja, genau, neues Projekt angefangen. Neues Projekt angefangen. Und das ist jetzt, wie soll ich sagen, eher so eine Art, ähm, Zwischenprojekt in Anführungszeichen. Es ist jetzt noch nicht, sag ich, ähm, das Harvester, was ja alle sehnsüchtig erwartet. Aber wie gesagt, das ist nur ein Nebenprojekt, danach kommt auf jeden Fall, mein Gott, ähm, Harvester. Wie versprochen. Penner. Ja, genau, das wollte ich jetzt eigentlich noch loswerden. Ah, oh, 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 jetzt. Hm, 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 bis jetzt schon, ach Gott, wehe, ihr springt. Das schaut bis jetzt noch an sich alles ganz nett aus. Außerdem mag ich dieses Dach da oben. Sniff. Ach, wie war das? Bitte nicht springen? Och, nee. Och, nee. Hm, bleib unten. Danke. Okay. Jetzt wäre es fies, wenn einer ankommt. Mach das... Oh, ha, gack, 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 notiz, gack, 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 gack. I, eh, so. Das wird ja immer netter. Bleib bitte unten. Also, es ist jetzt nicht sonderlich schwer, aber auch nicht wirklich einfach. Safe! Knochen ist boink. Schmeißt du nicht? Naja, ich beschwere mich nicht. Rohr! So. Acid Rain abgeschlossen. Na? Was kommt denn jetzt? Versus Death Machine. Ah, okay. Das wird ein Endkampf. Ich weiß nicht, ich lege jetzt meinen Schlauch lieber mal kurz weg. So. Amamamamamamamamamamamam. Go ahead. Ich eile. Wenn mich dieser Knochensrocken hier lässt. Pfeil. Ich bin schon unterwegs. Ich geh ja schon! Ich sterb ja schon! Okay, so... you're doing this well. Just some bricks ahead. Und ein paar Bomben. Enter. Death Machine 2000. So... Weg. Drei Pilze gleich. Das wird ja... So... Du bist also die Death Machine, hm? Ach du Kacke! What the hell? Na gut, ich weiß glaube ich schon, was ich machen muss. Wie viel Leben hat die gehabt? Nicht so viel, ne? Vier. Meiner Meinung nach zu viel. So. Huh! Was war denn das jetzt? Ah ja, gut. Ein Tod von mir. So mal! Wie soll ich denn die machen? Halt! Stehen bleiben! Das war nicht geplant. Und... Ich muss jetzt wie wirklich sorry in Safe State of Views machen, weil... Hallo? Wie soll ich denn... Wie soll ich denn... Höh! Das ist ja echt nicht feierlich. Hallo? Geht's noch gut? What the hell? Nicht nett! Höh! Höh! Sorry, aber mir egal. Höh! 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 Nix da! Das mach ich nicht. Das ist mir egal. Ja, das ist ne gute Ausgangsposition. Zum Sterben. Der... Hallöchen, hey! Höh! Nein! Du scheiß... Maschine! Ich kotze gleich. Nein, das sehe ich jetzt nicht ein. Ich entschuldige mich zum dritten Mal, dass ich jetzt hier so viel lade und sowas. Aber... Nein! Mit Verlaub, dieser Boss war... Brrrr! Nicht einfach. Boah! Sollen wir denn den ohne Safe States machen? Pipe! Ah! Das heißt jetzt wahrscheinlich, ich spiele wieder mit meinem... Koopa Troopa! Wie... Wie... Hübsch! Transatlantic. Scrolling Levels mag ich nicht! Bleib bloß unten! So! Boah! Wie... Aber ich spiele wieder mit Coot und das ist ja eigentlich ganz schick. Boink, boink! Ah, warte mal! Ach, geh halt! Da werden bestimmt Münzen drin, was gut für mein Leben wäre! Langsam! HALK! Äh, HALK! Genau! Halb meine ich! HALK! 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 Oh, ne. Ich muss natürlich meine Fresse aufreißen. Kick? Kick? Halt! Nein! Stehenbleiben! Ja, 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 ja! Leben! Toten Schildkröten! Nein! Moment, ich bin selber eine! Nix! Tch! Toll! Tch! Toll! Wenigstens hab ich eine erwischt! Irgendeine da drunter... Mh... Hallo, passiert hier auch mal was? Na, na, na... Tch! Mimimimimiii! Ui! Ui! Ha! Ninja-Skills! Oh! Kotz, Kotz! Sehr praktisch! Kotz, Kotz! Ich find das einfach zu knuffig! Irgendwie sehe ich noch kommen, dass... Nix! Ich... Wegen diesen... Gaps noch wahrscheinlich noch krepieren wird! Gezielte Sprünge sind nicht gerade meine Stärke! Genau wie alles andere eigentlich! Ich kann eigentlich nichts! Yay! HP dazugekriegt! Den erwisch ich so nicht! Toll! Meine Güte! Huch! Pfeil! Was? Ist Halbzeit? Huch! Ich find die Level aber Pfade! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Aber wenigstens Scrolls nicht mehr! Also, das war Glück! Hulk! Hux! 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 Ist halt so schön angefangen! Aber diesmal... nicht! Nein! Okay, ich warte ab. Eile mit Weile. Speichern. Na, kack! Ich war so gleich kotzig. Äh, das war geplant. Ich mach's schon wieder so hektisch. Habe ich's geschafft? Nein, immer noch nicht. Meine Güte. Ich bin am Strand. Ah, ich hab's geschafft. Ich fand die Level doof. Doof, doof, doof. Ganz doof. Schauen wir mal, ob Beauty Beach besser wird. Hüßel. So, haben wir schon mal einen Chuck. Noch einen Chuck. Noch einen. Nomnom. Ratsch! Ein kleines Kooperlein im roten Panzerlein. Mimimi! Ja, 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 ja. Oh, nice. Pff, das stellt mich jetzt nicht sonderlich. Besonders, weil hier ein HP-Pilz ist. Und ich volle Leben somit habe. Woosa! Uh, oh Gott. Da ich es hasse, volle Leben zu haben und lieber nur mit einem HP rumrenne, war das ziemlich knapp. Sensierter Kommentar. Woosa! Woosa! Das ist sonderlich spannend, bis sind diese Strandlevels jetzt nicht, geb ich zu. Aber ich hoffe mal, das legt sich wieder. Ja, tschüss. Geht noch ne Level? Ja. Ja. Was haben wir denn da? Schock! Bin ich jetzt erschrocken. Oh, nice. Gefällt mir schon mal. Oh, leck. Wie hübsch. Kann man euch eigentlich? Gut, das war jetzt eine. Iiiiih! Kiiiiiiiick! Sterbt alle! Uiix! Uiix! Ach ja, gute, altbewährte 1HP. Passe ich wenigstens ein bisschen besser auf. Der Grad, wo ich aufpasse, ist zwar eher im im Nano-Bereich, aber... Achso, der sich verbessert hat. Gott lag das hier. Äh! Hä? What? 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 So, schon besser. Toll. Edge. Geht's da rein, geht's da rein, geht's da rein. Nein, da geht's nicht rein, aber hier ist der Tod. Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim. Toll. Schwimm. Yay, ein Happy. Ähm, 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 da lang. Da geht's nicht lang. Aber gut. Aber Pilz. Du schaust so toll aus, deswegen kick ich dich jetzt einfach mal in diese Richtung. Musik ist lustig. Nein, nein, nein! Das hätte Böse in den Po gehen können. Hit me, baby, one more time. My fail is killing me and I must confess, I still believe. Wieso sing ich Britney Spears? Die Level mag ich jetzt schon ein bisschen mehr. Die hat irgendwie mehr Style. Ich weiß nicht, wieso. Aber die letzten beiden Strandlevels waren eher... Genau wie das da grad... Exit! Me gusta. Also so könnte es weitergehen. So ist es mir recht. So, und das war's jetzt auch schon von mir aus. Und... Genau. Ich mach noch einen Save. Johann, der Pirate kommt als nächstes. Das hört sich schon mal wieder sehr interessant an. Ähm... Genau. Wie der nächste Uploadplan laufen wird. Ich werde jetzt demnächst... Also demnächst... Was heißt demnächst? Heute noch... Ähm... Diesen Part hier hochladen. Übermorgen kommt Daniel und mein neues kleines Nebenprojekt. Das wir spielen werden. Und... Wie gesagt, danach kommt Harvester, versprochen. Und am Wochenende hat Daniel noch eine kleine Überraschung für euch parat. Und... Genau. Das war's auch schon. Ich hoffe, man sieht sich. Also dann. Servus. Aber ich werde mich damit verbinden. Und dann... Ich habe mich mit demnächst. Ich habe mit demnächst. Und dann werde ich mit demnächst. Vielen Dank.